Es freut mich wirklich riesig, dass wir heute hier sind und nach einer etwas längeren Zeit diese Feier hier haben. Auch wenn wir in einer kleineren Anzahl hier in der Aula sind, haben wir noch viele Schülerinnen und Schüler, die uns gerade zusehen. Ich winke mal zu euch in die Kamera, die steht hier in der Mitte. Und auch einen herzlichen Dank an alle Gäste, die heute da sind und ich würde jetzt das Programm hier mit eröffnen. Es ist so, dass ich nochmal auf die Homepage geschaut habe, es ist keine Preisverleihung. Es ist eine Titelverleihung und diese Titelverleihung nimmt die ganze Schulgemeinschaft in die Verantwortung, uns nach einem bestimmten Wertungsverhalten, also aufeinander aufzupassen in unserem täglichen Zusammenleben. Ja, das kann ich gut verstehen. Es ist kein Rückblick, der erfolgt auf geleistete Arbeit. Erstmal ist es nur ein Titel. Und dennoch würde ich dem vehement widersprechen, denn wenn ich zurückblicke, glaube ich, dass wir als Schule es allemal verdient haben, diesen Titel zu tragen. Wir haben eine sehr, sehr aktive SV. Schüler, die sich für die Schule einsetzen, die Interessen der Schülerinnen und Schüler vertreten. Und dafür einen großen Applaus. Es ist ein Auftrag an die Schulgemeinde. Das wird hervorgehoben bei diesem Titel. Und ja, das betrifft also nicht nur Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer. Es betrifft jeden, der in der Schulgemeinde tätig ist. Das betrifft die Eltern. Das betrifft aber auch genauso gut die Sozialpädagogin, die Sekretärin, die Hausmeister, alle in ihrem Schulleben beteiligt sind, dass wir aufeinander Rücksicht annehmen. Wir haben den Preis letztes Jahr bekommen, zu gute, gesunde Schule. Nicht, weil wir jetzt unbedingt gesund sind. Was bedeutet denn das, gesunde Schule? Was bedeutet, dass wir angstfrei zur Schule gehen, dass wir gut miteinander in Klassen umgehen, dass wir in der Schulkonferenz gut miteinander arbeiten, dass Ideen hineinkommen und dann entsprechend umgesetzt werden, aber durch die gemeinsame Tätigkeit. Dass wir dann ein Stück der Projekte dann auch entsprechend umsetzen können. Wir haben nicht die allerschönsten Klassenräume. Ich hoffe, dass wir bald mal wieder entsprechende Gelder zu verkünftigen. Aber es wird nicht bewertet. Es wird bewertet, was machen wir trotz mancher Einschränkungen, die wir haben, und dass wir trotzdem hier ein lebendiges Schulleben haben. So etwas wurde beobachtet. Wie starten wir das aus? Und das ist ein großes Dankeschön an die Schulgemeinde auch, und nur durch die Schulgemeinde und diese gemeinsame Zusammenarbeit. Aus diesem Grund haben wir den Preisgute, gesunde Schule. Natürlich die aktuelle Diskussion um Ernst und Brutzahn, also unseren Schulnamensgeber. Darüber könnte ich jetzt eine Stunde noch länger referieren. Darum geht es aber nicht. Es geht ja um die Titelauszeichnung. Ich glaube, auch wie wir in der Schule vorgehen, das hat uns jetzt auch die Politik zurückgemeldet, wir gehen als Schulgemeinde daran, nicht nur in der Entscheidung der Schulkonferenz uns von diesen Namen zu lösen, sondern wir nehmen die Schulgemeinde mit, Vorschläge zu machen, um für einen neuen Schulnamen dann, den wir bei der Stadt einreichen, zu einem Erfolg zu kommen. Und auch dazu bedarf es einiger Courage, dies durchzusetzen. Und, was wichtig ist, diese Diskussion, die schon vor 30 Jahren begonnen hat, ich weiß, es liegen mir Unterlagen am Schreibtisch vor, die zeigen, dass da auch schon Schüler sich eingesetzt haben. Wir haben also richtig eine tolle politische Tradition von politisch aktiven Schülerinnen und Schülern. Da hat das Zulu begonnen, dass Schüler gefordert haben, eine Umfrage zu machen an der Schule, damit der Name der Schule geändert werden kann. Das kam nicht durch, es kam mit Lehrern zusammen, wurde ein Ergebnis erarbeitet, wo auch diese vielen Zitate hingewiesen worden sind, die einfach nicht mit unserem Schulleben zusammenpassen. Die Werte passen einfach nicht zusammen mit den rassistischen, den Trankophoben und sonstigen Äußerungen von Ernst und Kurzart. Es gab einmal dann eine entsprechende Eingabe in die Stadt. Herr Wolf war, glaube ich, auch damals schon dabei, hat die Diskussion mitbekommen. Und es hat nicht funktioniert, einen anderen Namen zu ersetzen. Jetzt wird einem wieder erneut der Versuch gestartet. Und als ich im Ausschuss für Beschwerden und Anregungen diese Woche mit Herrn Springob, dem Pflegschaftsvorsitzenden, und dem Herrn Otto gewesen bin, haben wir das auch entsprechend vorgetragen und haben jetzt diesen Titel nochmal genannt, haben aber darauf hingewiesen, wofür steht die Schule. Wir haben eine sehr starke Erinnerungskultur, wir haben die Gedenkstätte, wir haben einen sehr aktiven Schieds-AG-Verein, wir haben zahlreiche Ausstellungen gemacht. Herr Voss hat eine zahlreiche Ausstellung auch entsprechend begleitet. Und das passt einfach nicht zusammen, wenn wir jetzt unser Schulleben betrachten. Und dann ist es Zeit auch, dieses weiter voranzutreiben, dass wir hoffentlich in diesem Jahr dann auch die Unterstützung der Stadt erhalten, die als Schulträger natürlich auch nur dann die Entscheidung treffen kann, ob der Schullahme geändert werden kann. Ich glaube, ich könnte jetzt zahlreiche weitere Beispiele in unserem Schulleben ausmachen und die zeigen, dass wir diesen Titel verdient haben. Und jetzt möchte ich den Blick nach vorne werfen. Das heißt aber auch in der Tat, wir müssen auch in Zukunft weiterhin aufeinander Acht geben. Das ist in jeder Klasse, ist das gefragt. Das heißt, wenn irgendjemand, jeder Einzelne ist gefragt, erfährt, dass jemand angegangen wird, aufgrund seiner sexuellen Neigung, aufgrund seiner Aussehenden und Gleichen beleidigt wird, auch wenn womöglich Begrifflichkeiten fallen, die gar nicht so gemeint sind, aber verletzt sein können, dann müssen wir eingleichen. Dann müssen die anderen Schulkameraden und Schleppdame haben, dazu einstellen. Aber genauso sind natürlich alle anderen Schulmitglieder gefragt, hier unterstützend tätig zu sein. Wir sind verantwortlich für unser Schulleben, wir sind verantwortlich für die Atmosphäre, die hier herrscht. Und ich bin jetzt nicht ganz drei Jahre Schulleiter und ich bin stolz auf diese Schule, ich bin stolz auf das Kollegium, und ich bin stolz auf die SV und die Schülerinnen und Schüler. Ich bin gern hier und gehe durch die Pausenheim und sehe, wie schön miteinander umgegangen wird und hoffe, dass es unser Auftrag jetzt mit dem Titel auch in Zukunft sein wird. Das ist das Gruppdredner-Pulten, wenn man 1,52 groß ist. Naja, ich stelle mich so ein bisschen auf die Zehenspitzen, damit ihr noch mal in den Kopf sehen könnt. Sehr geehrter Herr Sven Wolf, sehr geehrter Herr Sikulski, sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer und natürlich sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, die uns gerade per Teams zuschauen. Ich danke euch für eure Mitwirkung, für eure Unterstützung und vor allem bei der Unterschriften-Sammelaktion für dieses Projekt. Denn ohne euch wären wir heute auch nicht hier. Es freut mich wirklich unfassbar, heute hier zu stehen und sagen zu können, wir haben es endlich geschafft, in das deutschlandweite Courage-Netzwerk aufgenommen zu werden. Wir sind Teil dessen und wir werden versuchen, trotz dieser Pandemiesituation, die hoffentlich in Kürze enden wird, weitere Projekte zu organisieren. Es macht mich traurig und wütend, wenn ich sehe, dass immer mehr Kreuze auf dem Wahlbogen bei der AfD landen, wenn ich sehe, dass rechte Gruppierungen zunehmen, wenn ich sehe, dass ein Rechtsradikaler acht Deutsche mit einem Migrationshintergrund in Hanna umbringt, weil diese eben einen Migrationshintergrund haben. Ich habe auch einen Migrationshintergrund, und zwar einen türkischen. Und knapp die Hälfte unserer Schülerschaft hat auch einen sogenannten Migrationshintergrund. Ich möchte kein Opfer eines Anschlags oder von Mobbing und diskriminierenden Sätzen sein. Das möchte keiner. Und das, was ich gerade erwähnt habe, ist nur ein einziges Beispiel von Rassismus. Doch es gibt leider noch viele verschiedene Arten von Rassismus und Diskriminierung, sei es Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Homophobie oder Sexismus. Also ist es umso wichtiger, so früh es geht, aufzuklären und dagegen vorzugehen. Die Auseinandersetzung mit diesen Thematiken und auch das gemeinsame Organisieren von Projekten bieten uns die Möglichkeit, weit über den Tellerrand hinauszuschauen und unsere eigenen Vorurteile abzubauen. Ja, Vorurteile hat irgendwie jeder. Du musst dir aber mal vor Augen führen, dass dein sinnvolles Vorurteil zum Nachteil eines anderen oder einer anderen wird. Wir dürfen unser Denken nicht von Stereotypen oder Verallgemeinungen lenken lassen. Wie wäre es denn eigentlich mal, wenn wir das Positive in Diversität und Vielfalt sehen? Ja, wie man mir anmerkt, ich kann auch stundenlang über dieses Thema reden. Es bewegt mich sehr. Ich bin zwar auch selbst davon vielleicht irgendwann betroffen, aber es gibt auch viele Leute, die ihre Stimme nicht so erheben können wie ich. Aber nun komme ich zum Ende meiner Rede. Wie schon erwähnt, gibt es Rassismus überall, auf verschiedenen Ebenen und in unterschiedlichen Formen. Häufig kommt es auch in Schulen zu rassistischen und diskriminierenden Aussagen. Egal ob unter Schülerinnen und Schüler oder zwischen LehrerInnen und SchülerInnen. An unserer Schule sollte deshalb auch die Sensibilität aller Beteiligten hinsichtlich dessen gefördert werden, auch wenn es bei uns glücklicherweise nicht wirklich vorkommt. Trotzdem sind alle, alle hier sitzende Personen sind Teil unserer Gesellschaft. Wir sind eins, wir müssen wachsam und sensibel sein. Und für Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, können wir gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art setzen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.